Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Odyssey. Ich habe jetzt eine neue Maritime? Moment, das ist Maritim. Moment. Ich habe auf jeden Fall eine neue Quest angenommen, das aktualisiert sich tatsächlich nach einem Tag immer und anscheinend war das um 15 Uhr der Fall, dass man um 15 Uhr immer wieder neue Missionen an so welchen Anschlagbrettern bekommen kann. Wir erinnern uns, wir kriegen diese Dinger da unten, diese Urikalkos Steine und damit können wir ja gegen wahre Schätze in Focus eintauschen. Wahrscheinlich ähnlich wie bei Origins. Ich sehe gerade, dass es Maritim ist, das habe ich vorher nicht gesehen. Nichtsdestotrotz gucken wir uns mal die anderen Quests hier noch so an, bevor wir das aber machen. Ah ja genau, ich habe eine Schiffsverbesserung gemacht. Ich habe den Rumpf verbessert, nur damit ihr Bescheid wisst. Wir werden jetzt erstmal meditieren. Wunderbar. Ich mag dieses Setting doch wirklich mehr als irgendwas anderes. So, die anderen habe ich jetzt auch schon alle. Ne, die habe ich noch gar nicht angenommen. Kinder Athens nehme ich natürlich an und kleine Fäuste des Zorns auch. Ähm. Zorn einer Spartanerin war Maritim. Ach ja, und die Spionjagd. Stimmt. Das war eine Mission, die ist auch in 23 Minuten, äh, 23 Minuten, äh, 23 Stunden weg. Da kriegt man anscheinend einfach nur XP. Also es gibt anscheinend ähm, neue Quests. Jawohl. Es gibt anscheinend Missionen, ähm, wo man diese Orikalkos-Ärze bekommt. Das ist Maritim hier. Ähm. Die hier machen wir, wie gesagt, wenn nicht, das geht ja auch gar nicht. Das andere sind alles Aufträge. Einzelstufe 9, Einzelstufe 8. Ähm. Und dann gibt es halt noch Missionen, die auch zeitbegrenzt sind, wo man aber anscheinend nur XP einfach bekommt. Und diese Spionjagd, das ist ganz interessant, ist nämlich genau auf unserem Weg hier. Genauso wie Zorn einer Spartanerin. Äh, das können wir uns ja mal anhören, aber machen werde ich es auf jeden Fall nicht. Das ist klar. Und wir nehmen natürlich noch die verschwundene Karte an und gehen dann in Richtung Hauptquest. Nur damit ihr... Oh, ein Hund. Süß. Nur damit ihr Bescheid wisst. Ich werde die Hauptquest weitermachen. Nichtsdestotrotz höre ich mir mal an, wie die anderen Zeit-Missionen so sind. Und dann werden wir die auch machen. Ich muss an seinem Platz sein. Komm erst zurück, wenn du die Tafel hast. Ja, Polemarch. Was verloren? Nicht verloren. Gestohlen. Stentor schickt mich. Er sagte, ihr hättet Probleme mit Spionen. Mir wäre ein Athenerspion lieber als ein spartanischer Verräter. Aber er muss gefunden werden. Er hat eine Tafel mit wichtigen Informationen gestohlen. Wo ist dein Spion? Ist er noch im Lager? Die Frage sollst du beantworten. Ich denke nicht, dass er noch hier ist. Aber er kann nicht weit sein. Denn er wurde beim Überrumpeln der Wache verletzt. Das klingt nicht wirklich nach einem Spartiaten. Er könnte ein Betrüger sein. Erst kürzlich wurden unsere Vorräte gestohlen. Und in Megaris gibt es mehr Söldner, als eine Ziege Flöhe hat. Und welcher Spartiat würde Sparta verraten? Ich finde ihn und die Tafel. In welche Richtung ist er gelaufen? Die Männer sahen ihn zum Hügel rennen. Dort wird eine Verfolgung schwieriger. Ich hab einen Vogel. Alles cool. Kannst du mir sonst noch etwas erzählen? Das Gebiet wird heftig umkämpft, aber Sparta gewinnt. Wir drängen die Athener zurück. Wegen des Krieges sind die Wälder und Berge allerdings zu verstecken für Banditen und Söldner verkommen. Ich meinte eher über den Aufenthaltsort der Spions. Er ist verletzt. Und oben im Wald gibt es eine Quelle. An seiner Stelle würde ich dorthin fliehen. Ah ja. Ich bin bald zurück. Mit der Tafel. Die Berge und der Wald von Megaris sind gefährlich. Und er hat sicher nicht allein gehandelt. Keine Sorge. Ich kann es mit deinem Spion aufnehmen. Chäre. Kann ich den trotzdem... Oh, sorry. Ups. So, neue Quest. Die verschwundene Karte. Äh, der wird sich in den Wäldern zurückgezogen haben. Also wahrscheinlich Richtung Hügel hier so hin, oder was? Das ist ja aber ganz schön dumm, weil hier ein Lager ist von den Spartiaten. Genauso wie hier eigentlich. Äh. Müsste ich den nicht... Müsste ich das hier nicht rein theoretisch auf der Karte schon sehen können? Oder ist das wieder versteckt? Das ist wahrscheinlich versteckt hier, ne? Wo ist denn die Mission? Hä? Die Mission ist gar nicht da. Oder ist sie hier? Ah. Ah. Äh. Er muss sich mitten im Gebirge aufhalten. Er ist irgendwo südlich der Festung. Ähm. Geran. Naja. Naja. Na gut. Wir reden ja eh erst mit den anderen hier. Und danach, ähm... Das gehört also zur Hauptquest dazu. Komischerweise. Naja, egal. Gucken wir erstmal, was die Frau hier zu sagen hat. Was wir maritim machen müssen. Wie gesagt, Mission mit Haie und so. Äh. Habe ich keine Lust drauf. Nene ist ein nicht verfolgtes Ziel. Okay. Cool. Ich habe deine Nachricht an der Tafel gelesen. Was ist geschehen? Die Athener haben die Soldaten besiegt. Aber nur Narren würden sich in Sicherheit wiegen. Was hast du vor? Spartanerinnen sind keine schwachen Athenerinnen. Wir verfügen über Geld, Eigentum und Zorn. Und wir werden damit gegen ihre Soldaten und ihre Schiffe vorgehen. Äh. Dann muss ich die Flotte der Athener versenken? Du durchschaust mich wie das Orakel. Verlass dich auf mich. Gut. Bitte beeil dich. Ich muss dann mal los. Nein. Ich will keine Athener Schiffe zerstören. Also das ist auf jeden Fall besser als Haie zu bekämpfen. Oder Wale. Aber. Oh, schick. Oh doch. Hier ist ein riesiges. Ein riesiger Wald. Und hier ist die Festung Garandaya wahrscheinlich. Aber ich glaube so, welche Mission mache ich wirklich dann off-cam? Lieber Zorn einer Spartanerin. Weil das sind keine Story-Missionen. Das sind Missionen, die kommen täglich. Und. Ähm. Ja. Das ist ja nichts Schlimmes, wenn ihr das nicht mitbekommt. Aber ihr habt auf jeden Fall schon mal. Äh. Ja. Warte mal. Wo ist denn das eigentlich? Das ist einfach schon so da. Da gibt es keinen Questgeber für. Okay. Ähm. Aber ihr habt immerhin die Sequenz gesehen. Das ist ja schon mal etwas. So. Die Spionjagd ist auch hier in der Nähe. Gehen wir mal da hin. Weil eine Spionjagd finde ich ganz interessant. Die Musik. Festung Garandaya. Das haben wir schon klar. Was? Was? So. Einen wunderschönen guten Tag. Du hast eine Nachricht hinterlassen. Erzähl mir mehr. Spione aus der Stadt sind durch die Felder geschlichen und haben Vorräte ausgeliefert. Ich glaube, sie suchen einen geeigneten Lagerort. Und dir sagt dieser Krieg nicht zu? Wann haben wir je keinen Krieg? Nur denen in der Stadt ist der Krieg wichtig. Ich will nur essen auf dem Tisch. Sie können sich überall prügeln, nur nicht in meinen Jagdgründen. Ich muss mich um diese Spione kümmern. Und ich soll alle Nahrungsvorräte vernichten. Ja. Nur Staub darf von ihnen zurückbleiben. Ich kümmere mich darum. Gut. Kümmere dich bald darum. Schäre. Okay, wo soll denn das sein, bitte? Achso, da ist das. Das ist die Spionenjagd. Die können wir eigentlich machen, oder? Oder wie seht ihr das? Ich sehe das so. Wie gesagt, das ist eine zeitlich begrenzte Quest. Ohne Urikalkos-Erz leider. Ich finde das ein bisschen schade. Ich glaube, nach der Aufnahme hier werde ich dann eh das mit den Athena-Schiffen mal machen. Mal gucken, wie das so ist. Ja, ich weiß. Ich habe in der Nähe ein... Ach, Mann, ey. Wunderbärchen. Darf ich jetzt endlich? Danke. Meine Güte, ey. Nein, ich will den Staatsschatz noch nicht stehlen. Auch wenn das bestimmt richtig viel Kohle bringt. Das sind ja Gegner. Was stand da? Details, Mori, was? Ein Schütze. Ah, ja. Okay, jetzt bewegen die sich auch noch. Das ist natürlich Unko. Die ändern die Position. Nee, der bleibt sitzen. Und der geht wieder zurück. Jetzt sitzt der sich auch hin. Ach, guck mal, die wechseln sich ab. Ah. Okay, das sieht man selten, dass Gegner sich hier so abwechseln. Also einen Rhythmus haben. Schlafen tun die aber nicht. Oh, 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 oh. Der geht da hinten hin, der geht hier hin und der kommt hier hin. Oh, und draußen klopft wieder ein Kind gegen die Rutsche. Hört euch das mal an. Kann einer das Kind nicht mal verprügeln, bitte? Ich habe keinen Bock, jetzt das Fenster zuzumachen, ehrlich gesagt. Oh, das Untergegen. Nein, 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 nein. Oh, dieses Kind. Erzählt eure Kinder da draußen mal. Mann. Das ist ja zum Kotzen. Da wird man ja verrückt, ey. Oh, ich habe so Lust, nach unten zu gehen und dem Kind richtig einen ins Gesicht zu hauen, ey. Wirklich. Richtig doll. So, dass es schmerzt. Aber richtig schmerzt. Jetzt kommt mir nicht mit, wie kannst du nur Kinder schlagen? So was muss man einfach schlagen. So. So, kommt her, ja. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Wie kann das sein? Ich habe geblockt, ich habe gepontert, ich habe das ganze Repertoire ausgenutzt. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Ich habe diese beiden verfickten Tasten gleichzeitig gedrückt. Es kann nicht sein, dass wenn man gerade im Angriff ist Man nicht danach kontern kann Dass man erstmal eine Pause braucht Das ist doch Ich wusste ganz genau, als ich eine Review gesehen habe Zu dem Spiel Von wegen, dass das Kampfsystem Sehr schwammig ist Da wusste ich gleich, was die damit meinen Es stimmt halt leider wirklich Das Kampfsystem ist so schwammig wie Äh, das sag ich jetzt immer nicht Er geht nur weg von eurem Schatz Das ist okay Los! Ich bin kein Untergang Ich brauche euch hier drüben Was war das denn? Ich kämpfe jetzt erstmal gegen den hier Ja, treff nicht, Kassandra Ist okay Ja, dann reiß mal So, war's das jetzt? Hä, was ist denn hier? Ich hab das doch jetzt Hä? Ach, zerstöre Soll ich denn das zerstören? So vielleicht So geht das also Interessant Ich hätte die also so oder so Bekämpfen müssen Okay Haben wir geschafft Meine Güte Endlich mal ein Erfolgserlebnis hier Ach, der hat das nicht gespeichert Warte mal Ist hier ein Kopfgeldjäger? Nähe, oder? Hier ist ein Kopfgeldjäger in der Nähe Okay Gucken wir mal kurz bei Söldner Der ist aber unentdeckt Hm Naja, egal Ich glaub, die müssen wir erst sowieso uns anschauen Also entdeckt haben So richtig Schon zurück? Hast du sie alle zerstört? Unwiederbringlich vernichtet Gute Arbeit Hier Du hast es dir verdient Gott Nein Nee Das reicht Teil meiner Besatzung will ich nicht Na ja Immerhin mal wieder eine Quest geschafft Das ist doch schön So Jetzt machen wir weiter mit der Athena Kriegskasse hier, würde ich sagen Die verschwundene Karte können wir dann irgendwann machen Wir sind ja gerade hier Also machen wir das jetzt auch Auch wenn ich glaube, dass das jetzt sehr, sehr schwer wird Ich hab nicht im Gefühl, dass das jetzt einfach werden könnte Ach, du heilige Kacke Kriegsvorräte verbrennen Schatz plündern Ach, ne Fackel kann ich auch einfach benutzen Ah Das ist einer der Polymere Da ist einer der Ne Das ist ein Befehlshaber Und das hier ist so ein Polymarch Also hab ich beide schon mal gefunden Okay, cool Okay Schätze hab ich 5-1 Äh Ist das ein Bär? Das ist ein Bär Die haben einen Bären Alles klar Ich hab nur 3 Schätze Gefunden Das ist der Dieb Hm Den Dieb will ich noch gar nicht haben Und da ist dieser besondere Kopfgärtiger, ja Das ist ein Athena? Oder? Ach, das sind ja alles Athena Hm, ich bin so doof Okay Okay, da ist ein Schatz 1 Ach, und der Stabsschatz Ist wahrscheinlich auch nochmal ein Schatz So an sich Vorräte haben wir 1, 2, 3 4 Okay, haben wir alles Glaube ich Jetzt wird's interessant Ob ich das in 10 Minuten schaffe? Ich weiß es nicht Ich lass mir ja sehr gerne Zeit Bei sowas Die Festung Geranea Beeindruckend Sicherlich bewahren die Athener Hier ihre Kriegskasse auf Ich sollte Icarus einsetzen Um mir zu helfen Hm Unbewaffneter Schlag Das bringt gar nichts Bei dem Scheiße Weißt du, warum? Warum bin ich denn jetzt gestorben? Äh... Warum bin ich jetzt gestorben? Was hab ich falsch gemacht? Was hab ich denn jetzt falsch gemacht? Ich weiß es nicht Ach, ich bin wahrscheinlich verbrannt, ne? Diese Brandbomben sind aber auch echt hart Na gut Hab ich wenigstens alles entdeckt? Wahrscheinlich nicht Nein Hm, warum auch? Ach Mann, ey Das war zum Kotzen Warte mal Was ist mit dem eigentlich? Keine Ahnung So, und darum ist der Dieb Na, wo ist jetzt das andere, was ich in uns... Ah, da oben Ach, Mann Ja, wo denn? Hier Unten Ach, ist das wieder lustig, ey Ah, ich will ihn sofort bekämpfen am besten Damit ich das hinter mir hab Sie werden mich suchen Ich muss vorsichtig sein Die Festung Geranea, beeindruckend Sicherlich bewahren die Athener hier ihre Kriegskasse auf Ich sollte Icarus einsetzen, um mir zu helfen Würde er mich da oben sehen? Das wäre natürlich nicht so geil, wenn er mich jetzt sehen würde Was ist das? Okay. Okay, die kann ich schon mal heimlich kennen. Das ist schon mal ein Vorteil. Ich kann natürlich auch für meine Besatzung, äh, dingsen, ne? Vielleicht sollte ich den dicken erst mal lassen. Wir probieren's mal. Heute kannst du deine Freiheit erhalten. Komm und segle ab jetzt mit uns. Okay, ich hab ein neues Besatzungsmitglied bekommen. Wird das bei jedem Besatzungsmitglied jetzt gesagt? Oh. Ach, tatsächlich. Feuerkraft durch Entdeckung gehen. Aber ich wollte den hier eigentlich haben. Hier. Ich wusste nicht, dass ich den jetzt schon benutzen kann. Ach so. Wenn ich den Rumpf verbessere, geht das auch. Ah ja. Die haben also immer andere Fähigkeiten? Warte mal, das will ich jetzt mal ausprobieren. Der hier etwa auch? Wir setzen bald Segel. Wenn du mit willst, sei... Ne, 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 ne. Bleib sofort still. Du bist erledigt. Hab dich. Kinder Athens? Oh, ich hab ne Mission geschafft, wo ich gar nicht wusste, dass ich die gemacht hab. Moment. Töte spartanische Schwergewichte in der ganzen griechischen Welt. Ach so, das sind auch so ne Aufträge. Ah. Ich bin Stufe 9. Das ist gut. Das bedeutet, ich kann jetzt... ...mir ne Attentatsfähigkeit wieder mal leisten. Ein geiler Lichtblitz. Ne. Was ist denn hier mit Schussfolge? Auch nicht. Pfeilspitze. Ach so, das ist das. Raubtischschuss. Geht noch gar nicht. Das ist schon ganz geil eigentlich. Kann ich denn jetzt schon Betäubungsbrand und... Ach so, klar. Brandpfeile kann man ja... Ja. Schildbrecher wäre natürlich auch ganz wichtig. Mann, das sind alles wichtige Sachen, die es hier gibt. Rasches Attentat finde ich ganz geil. Weil das ist das Doppelte an Angriff. Ich finde aber auch das hier gar nicht so schlecht im Verwüster-Schuss. Gerade gegen die ganzen Dicken, ne? Wie viel macht denn der? 380% Jägerschaden. Und der hat 290% Jägerschaden. Aufgeladen bis zum Doppelten. Oh, ich weiß nicht. Ich hoffe, das ist rascher Attentat. Sorry, aber ich... Habt zu wenig Attentats-Dinger. Ich versuche jetzt mal, dann den Dicken zu machen. Bis zum Doppelten. Ah, komm her. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. 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 Ah! Ach, der da hinten ist das. Alter. Boah. Das war aber auch ein Kampf gerade gegen den. Aber ich glaube, ich habe meine, ähm... Ich habe halt meine, ähm, Dinger hier öfter eingesetzt. Das ist auch ganz wichtig, dass man die Fähigkeiten sehr oft einsetzt. So. Jäger und Attentatsschaden. Den nehmen wir. Das ist doch perfekt. So kann ich die anderen zerlegen. Dankeschön. Den kann ich nicht zerlegen. Ach, nee, keine Ahnung warum. Äh, Moment. Wir sind noch nicht fertig. Doch, hier sind wir fertig. Jägerschaden, Nahkampf, Widerstand. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Attentatsschaden natürlich auch. Aber das mache ich dann hier schon rein. So, jetzt wird erstmal aufgerüstet hier. Attentatsschaden, zack. Ach, die kann ich ja gar nicht. Habe ich hier was Neues? Nee. Aber hier, oder? Ah ja, perfekt. 20 Rüstung mehr. Passt jetzt wenigstens die Kapuze wieder? Ah, geht. Man kann es aber, glaube ich, benutzen. Ja, doch. Das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Fakt ist, wenn man die Fähigkeiten öfter benutzt, geht das eigentlich relativ gut klar. Erstmal hier alles durchsuchen. Aus der Ferne erschossen. Der wollte den gerade durchsuchen. Ich glaube das nicht. Hä, wieso aufheben? Achso. Also, wenn man mehr Fähigkeiten hat, dann macht das Kampfsystem auf schwer, glaube ich, auch mehr Spaß. Oh, Schlägerhelm. Wie sieht der denn bitte aus? Müssen wir uns mal ganz kurz angucken. Auch wenn ich meine Kapuze eigentlich mag. Okay, der macht mehr Kriegerschaden, aber meiner macht halt mehr Attentatsschaden und Kriegerschaden. What the fuck? Das sieht krank aus. Ich will meinen Attentatsschaden auch nicht verlieren, ehrlich gesagt, ne? Also, den können wir schon mal zerlegen. Aber den, da mache ich, glaube ich, noch Dingens rein. Ähm, Attentatsschaden. Wir müssen mal ganz kurz in den Glyphen gucken. Stufe 13 ist dann verbessert. Okay, cool. Dann warte ich damit eigentlich noch bis Stufe 13 dann. Aha. Man konnte da tatsächlich unten durchrutschen. Und hier ist einer der... Oh, warte mal, da ist doch der Kopfgeldjäger. Der würde ich schon ganz gerne anheuern, ne? Ich biete dir ein besseres Leben als das. Komm mit mir. Der sah doch gar nicht mal so schlecht aus. Welcher von denen ist denn das? Der hier, ne? Speerschaden. Der ist sogar besser? Jetzt... Wat? Ne, den will ich entlassen. Der kann ja gar nichts, kann der. Rammschaden. Das ist geil, zum Beispiel. Oder Feuerkraft durch Entdeckung gehen. Oh, wir können ja was verbessern. Die Ruderer können wir verbessern. Oder... Ah, da brauchen wir noch... Noch eine Steintafel für. Hier aber nicht. Oder den Rammsporn. Brauchen wir aber hier Steintafeln. Hierfür aber nicht. Machen wir lieber mal verstärken. Okay, eine neue Waffe. Cool. Gut, Leute. Ich würde jetzt trotzdem mal sagen, wir erobern die Festung im nächsten Part und machen danach das mit dem Dieb. Oder mit den Spionen. Haut rein. Bis morgen zur nächsten Folge von Assassin's Creed Odyssey. Und ciao.